Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Act Survival Evolved. Ich werde mir jetzt meine Unterwassertaschenlampe zähmen, sprich den Engler oder auch Englerfisch. Und ja, ich werde mich auf die Suche begeben. Bis gleich. Okay, ich habe einen gefunden. Beziehungsweise, das ist mein zweiter. Bist du? Komm schon. Ich will dich nicht umbringen. Aua. Kannst du bitte bewusstlos werden? Bewusstlos. Was tust du? Bewusstlos? Bitte? Ah! Perfekt. Alles klar. Dann wollen wir doch mal. Ihr seht nämlich, dieses Engler-Gel, das habe ich von dem, von dem letzten, ähm, Geharvest, den ich gefunden habe. Und wo habe ich meinen... ...mannen Mothosaurus gelassen. Na ja. Ich bin gleich wieder zurück. Wenn er... ...gottesämt ist. Also, ich kann euch eines sagen, ne? Sein Torpor sinkt wahnsinnig schnell. Ich habe jetzt so 110 Narkotiks in ihn reingestopft. Und, ähm... Er braucht schon ein Weichen, bis ihr ihn gezähmt habt. Und das hier ist gerade mal Level 4. Also, bringt Narkotik und Zeit mit für den Kleinen hier. Das braucht er ein bisschen. Allerdings habe ich auch, ähm... ...raw Prime Meat diesmal vergessen. Ich habe nur, ähm, normales Fleisch in ihm drin. Sonst wäre es nochmal ein bisschen schneller gegangen. Na, komm schon. Yes! Oh mein gosh! Endlich! So. Unser Firefly. Im Übrigen, ich habe gesehen, man kann ihn direkt reiten. Ähm, ihr benötigt keinen Sattel. Ich habe nämlich zuvor auch gar keinen gefunden. Da war ich erst schon etwas irritiert. Hallo, Kumpel. Ähm. So. Haha, das ist eine Attacke. Okay. Ich würde sagen, ich bring ihn mal kurz nach Hause und dann schauen wir uns ihn. genauer an. Okay, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass er ein sehr schneller Schwimmer ist. Ähm. Ich mache jetzt mal hier... ...die Maske ab, dann sehen wir das besser. Hier, ihr seht's. Also, es ist wirklich... ...richtig, richtig schnell. Und er kann auch gut was tragen. Wenn wir jetzt mal auf die Stats gucken. Für ein Level 4er. Ach so, hi, Kumpel. Ja. Ich weiß, du möchtest auch Aufmerksamkeit, aber... So. Also, ich glaube, der kann schon was. Okay. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Bis dann. Beziehungsweise... Hier ist nochmal... ...dass es auch leuchtet, ne? So ein bisschen tut's. Na gut, ich bin ja jetzt aber auch nicht ganz so tief. Okay. Bis dann. Bis dann.